Ich lerne Deutsch. Erhoffen Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich erhoffe mir von der neuen Strategie bessere Ergebnisse. Danach werde ich den Fortschritt genau beobachten. Ich erhoffe mir von der neuen Strategie bessere Ergebnisse. Danach werde ich den Fortschritt genau beobachten. Mark erhoffte sich von dem Gespräch eine Klärung der Missverständnisse. Schließlich wollte er den Streit beenden. Wir erhoffen uns viel von der nächsten Präsentation. Danach werden wir das Feedback auswerten. Wir erhoffen uns viel von der nächsten Präsentation. Danach werden wir das Feedback auswerten. Marion hatte sich eine schnellere Antwort auf ihre Bewerbung erhofft. Marion hatte sich eine schnellere Antwort auf ihre Bewerbung erhofft. Es dauerte Wochen, bis sie erfuhr, dass sie die Stelle bekommen hatte. Ich hatte mir von dem neuen Projekt mehr Erfolg erhofft. Ich hatte mir von dem neuen Projekt mehr Erfolg erhofft. Doch dann kam es anders als geplant. Wenn du dir eine positive Rückmeldung erhoffst, solltest du gut vorbereitet sein. Wenn du dir eine positive Rückmeldung erhoffst, solltest du gut vorbereitet sein. Später wird sich zeigen, ob es sich gelohnt hat. Wenn du dir eine positive Rückmeldung erhoffst, solltest du gut vorbereitet sein. Später wird sich zeigen, ob es sich gelohnt hat. Ich erhoffe mir von dem Kurs neue Fähigkeiten zu erwerben. Danach möchte ich sie im Job anwenden. Ich erhoffe mir von dem Kurs neue Fähigkeiten zu erwerben. Danach möchte ich sie im Job anwenden. Ich erhoffe mir von dem Kurs neue Fähigkeiten zu erwerben. Danach möchte ich sie im Job anwenden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich erhoffe mir von dem Kurs neue Fähigkeiten zu erwerben. Ich erhoffe mir von dem Kurs neue Fähigkeiten zu erwerben. Ich erhoffe mir von dem Kurs. Ich erhoffe mir von dem Kurs. Vielen Dank.